Guten Tag, hier die treffendste Rede, die mir diese Woche aufgefallen ist. Comedy-Star Lisa Fitz bekommt Beifall von den ganz Rechten, den ganz Linken und den ganz Verwirrten. Sie beleuchtet die 10 Gebote der Mächtigen. Grüß Gott, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf den Nachdenkseiten. Heute zum Thema die 10 Gebote der Mächtigen und über das Thema Oben und Unten. Bleibt dran, bis gleich. Es gibt ja jetzt nur mehr zwei Lager, das nervt, die, die Recht haben und die, die Unrecht haben. Also die anderen immer, nicht? Etikette drauf, Flasche. Und das hat ja schon Jean-Paul Sartre gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Es ist immer falsch, was man sagt, man ist zu links, zu rechts, zu weit unten, zu weit oben. Neid und Verachtung blühen und Häme. Und auch noch interessant, wenn man von denen da oben spricht und sagt, wir da unten, die Bürger, das ist verschwörungstheoretischer Müll. Sorry, Mythos. Verschwörungsmythos. Weil eine Theorie könnte ja Praxis werden oder sein, ohne dass die Masse davon weiß nichts. Aber Mythen, das Herr der Ringe, Gandalf, Märchen von Riesen und Zwergen in Nebeln, die wabern. Und Mythen, die letztlich ermühten. Also da resignieren die Leute und hören gar nicht mehr hin. Ich weiß schon, Sie wissen nicht, worauf ich raus will. Es kommt schon gleich, nicht? Auch wenn man die Hochfinanz kritisiert, Wall Street und so. Vorsicht, das ist problematisch. Weil, also wenn Sie der Meinung sind, da sammelt sich viel zu viel Kohle da oben bei denen, dann sind Sie rechts, eh klar. Aber nicht nur rechts, sondern auch Verschwörungsdings. Und ganz gefährlich, dann sind Sie antisemitisch. Ja, erstens, weil das eben ein Verschwörungsmythos ist mit dem oben und unten. Und weil in der Wall Street, die Wall Street, die heißt ja auch so, weil da so viel Gelder an die Wand gefahren werden. Weil in der Wall Street so, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Eine Journalistin hat es mir erklärt. Ich komme gleich darauf zurück. Ich fange mal anders an. Warum das so schwierig ist im Moment. Eine Kulturamtsleiterin hat ihrer grünen Stadtregierung geschrieben, wegen Auswahl der Künstler hat sie geschrieben, die bunte Vielfalt und Diversity, die Sie einfordern, die sollte dann aber bitte auch für die Meinungsvielfalt gelten in einer Demokratie. Und dann hat man ihr geantwortet, ob ihr Bewusstsein, das sei fragwürdiges Gedankengut. Man sagt, sie habe ich falsch gegendert. Nein, nein, politisch problematisch. Also es scheint so, dass alles, was zu kritisch ist, fragwürdig ist. Schwurbel, schwurbel. Oder umstritten. Oder Steigerung hoch umstritten. Und um es zu toppen, ja, den Spruch fand ich auch wirklich gut. Wird der Bürger unbequem, ist er sofort rechtsextrem. Klar, den hat sich natürlich die AfD sofort gegriffen. Aber Kabarett hat eben seit jeher die Aufgabe, unbequem zu sein und zu fragen, weil alles würdig ist, hinterfragt zu werden. Alles. Und nicht nach unten zu treten, sondern nach oben. Das tue ich, nicht? Und dann hinterfrage ich und dann bin ich Verschwörungsschwurblerin. So, jetzt komme ich wieder zurück. Eine Journalistin hat mir das erklärt, warum das so gefährlich ist. Sie sagte, jede Verschwörungstheorie ist im Kern antisemitisch. Hui, das habe ich so nicht gesehen bis jetzt. Ich weiß nicht, Sie, weil meine Lieblingsverschwörungstheorie ist, Angela Merkel war früher ein Mann und war der Toyboy vom Honecker. Ja, das ist garantiert nicht antisemitisch, das ist antimerklisch. Oder im Ernst jetzt, dass die NSA uns ausspioniert. Alter Hut, sagen sie. Ja, wissen wir. Aber wir wissen es erst seit Edward Snowden. Und bis dahin galt das als eine monströse, wirre, vollkommen irre, absurde Verschwörungstheorie. Und deswegen ist mein Lieblingsspruch aus dem Internet es, ich brauche dringend neue Verschwörungstheorien, weil meine alten sind alle Wirklichkeit geworden. Ist klar, man versucht ja immer alles, alle Schweinereien unter dem Deckel zu halten, bis es bums, explodiert und dann haut es den Dreck raus. Alles kommt irgendwann raus. Nur sind wir da entweder sehr alt oder tot. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, Sie müssen so sensibel, so vorsichtig sein. Sonst, man muss, man darf nichts, am besten denken Sie auch nichts. Das ist für eine Kabarettistin jetzt suboptimal, aber es ist zu verwirrend alles. Zu verwirrend. Und ich meine, Denken ist ja auch Glückssache und wer hat schon dauernd Glück. Ich muss mich jetzt auch ständig verteidigen. Ich bin keine Querdenkerin. Nein, ich habe nur, was weiß ich, obwohl dieser Begriff ist ja auch, der ist ja gekapert worden von einer Bewegung. Und wer weiß, ob es die in fünf Jahren überhaupt noch gibt. Früher war Querdenker eine Auszeichnung. Der Komiker Karl Valentin war Bayerns berühmtester Querdenker, weil er eben nicht linear mit Scheuklappen, sondern immer anders und quer gedacht hat. Und Dieter Hildebrand übrigens auch doch laut Wikipedia. Also Sie müssen sich beeilen, wenn Sie es nachlesen wollen. Weil vielleicht ist das jetzt plötzlich dann schon raus. Wikipedia wird ja eher linksgrün verortet. Und laut Wikipedia war Dieter Hildebrand Querdenker. Ich zitiere, wenn ich es noch richtig zusammenkriege. Die Sendung Notizen aus der Provinz machte Hildebrand weithin bekannt. Laut der deutschen Medienwissenschaftlerin Ricarda Strobl, hört, hört, förderte sie seinen Ruf als kritischer Querdenker. Ich glaube, dass es den Wikis irgendwie durch die Raster gefallen hat. Also schnell nachlesen. Ich meine, Querdenker ist man ja heute schon, wenn man Zahnstocher benutzt. Querdenker. Wenn man kein Schleimer, Radfahrer und Ja-Sager ist. Die behaupten ja auch keine zu sein Ja-Sager. Also Sie sagen, Sie sind keine Ja-Sager, weil Sie eben auch mal Nein sagen. Aber nur dann, wenn der Chef auch Nein sagt. Oder wenn man sagt, dass Schokolade Obst ist, weil Kakao auf Bäumen wächst. Oder dass der Laborator von Putin auf Russisch Lavrov heißt. Jedenfalls, es gibt Mächtige und Würmer. Und jeder wäre gerne ein Glühwurm. No, na. Oder wollen Sie abstreiten, dass Dagobert Duck deutlich mehr Geld als Sie? Eben. Oder Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg oder die üblichen Verdächtigen. Oder der Greichen-Clan. Das ist dieser Filz. Diese Geld... Also das ist ja wie ein Pilzgeflecht. So ein Filz. Ich habe gedacht, das gibt es nur bei der CSU. Und die Eude vom Gates, wenn wir gerade da waren, also die Ehefrau, nicht die Melinda, der hat sich erscheinen lassen, das sickerte durch, weil er mit Jeffrey Epstein so unterwegs gewesen sein soll und so. Und sie sagte auch, sie sagte, ich wäre zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Angela Merkel durchgestellt. Ach, wie schön. Geld regiert die Welt. Und jetzt wird sie wahrscheinlich zu Scholz durchgestellt, nicht? Und beide können sich dann leider halt nicht mehr erinnern, wenn es hart auf hart geht, nicht? Demenz einfach hören. Ja, Geld regiert die Welt. Das ist alt, aber deswegen nicht falsch. So sind die Machtverhältnisse. Und die christliche Lehre heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle Menschen sind gleich. Und Brüder, jetzt auch Schwestern. Nein, theoretisch ja, aber praktisch eben nicht. Es ist ein hehres Ziel, aber es ist kein Ist-Zustand. Es ist nicht jeder gleich. Es kann nicht jeder gleich viel. Es ist nicht jeder gleich fleißig oder gleich intelligent oder gleich schön. Ich bin zum Beispiel deutlich schlanker als Ricarda Lang. Dafür bin ich älter. Aber ich schreibe ihnen nicht vor, wie sie sich ernähren sollen, nicht? Es sind auch nicht alle Menschen gleich skrupellos. Die Ellbogen sind nicht gleich dick. Und je dicker die Ellbogen, desto dünner oft der Verstand und das Herz dann oft ganz auf Schmalspur. Der Bericht Survival of the Richest, das Überleben der Reichsten, zeigt, Millionen Menschen wissen nicht, wie sie Lebensmittel und Energie bezahlen sollen und haben in weiten Teilen der Welt nicht mal Zugang zu Wasser. Aber die Krisen bringen gigantische Vermögenszuwächse für Milliardärinnen auch schon ein paar. Seit 2020 gingen 63% der gesamten Vermögenszuwächse in Höhe von 42 Billionen. Das ist ja unsere für uns E-Zahl, die sind ja jenseits, nicht? Also der Gesamtszuwächse waren 42 Billionen. Und 63%, also 26 Billionen US-Dollar, gingen an das reichste Prozent der Weltbevölkerung. Also an das eine reichste Prozent. 99% teilen sich den Rest. Ja, Leute, der Teufel scheißt eben doch auf den größten Haufen. Und jetzt sagt einer nochmal die These von oben und unten, das ist ein rechter Mythos. Das ist ein rechter Schmarrn. Machen wir Filz, nur ein bisschen an Hirnschmalz. Aber sollte Ihnen mal einer dieser Milliardäre oder Rinnen begegnen, machen Sie keinen Bückling. Nein, bleiben Sie aufrecht und freundlich. Die führen oft einen größeren Kampf gegen sich selbst als Sie und ich. Und in Luxuskarossen haben oft schon mehr große Männer und Frauen Krokodilstränen vergossen als im Opel Corsa. So, und wie lauten nun die Zehn Gebote der Mächtigen? Die Zehn Gebote der Mächtigen, wer weiß es. Eins, erstens, du sollst Angst haben. Warum? Ein Volk ohne Angst wird frech. Er ist ja alt wie die Welt, nicht? So, dann zweitens, du sollst arm sein. Beziehungsweise nicht zu viel Geld haben, das passt eh, oder? Brauchen wir nicht drüber reden. Weil Geld ist Macht, kein Geld ist keine Macht. Einfach, aber schlau, muss man sagen. Drittens, du sollst unwissend bleiben. Du musst nicht alles wissen. Allerdings, sagte Emma Goldman, das gewalttätigste Element der Gesellschaft ist die Unwissenheit. Darum sagen Sie bitte nie, der Klügere gibt nach. Das garantiert die Herrschaft der Deppen. Viertens, du sollst bitte unkritisch sein, weil, ich sage es ja immer, es ist schwerer, jemanden in das Licht zu führen, wenn es ihm einmal aufgegangen ist. Also, blöd bleiben, nicht? Dann fünftens, du sollst arbeiten, 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 weil so kommst du auf keine dummen Gedanken. Die Schwaben haben das rechtzeitig erkannt. Schaffe, spare, Häusle baue und nicht nach den Mädels schaue. Auf das Häusle allerdings kannst du dich unter dieser Regierung auf das Häusle auch nicht mehr verlassen. Nichts? So, da kommen ja jetzt so weiße Lieferwagen, das hat mir meine Freundin Moni erzählt, und so kommen Polen und Rumänen, nein, richtig, im Auftrag bauen die Heizungen die alten aus, das nur nebenbei, nicht? Und fahren die nach Rumänien und Bulgarien, die freuen sich und da laufen die noch 30 Jahre. Hey, super! Und wir haben hier was fürs Klima getan, weil die Luft bleibt über Deutschland stehen. Ha, ich verliere mich immer wieder in Nebenzwergen. So, sechstens, du sollst konsumieren. The economy must run, das muss laufen, 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 konsumieren. Kaufen musst du ohne unnötige Rückbindungen an Nation, Religion, Heimat, Familie, das bremst. No, we are international. We are the champions of the world. The economy is global, nicht national. Und auch sexuelle Identität ist obsolet in the future. Das brauchst du nicht mehr. Es gibt laut Wikipedia, glaube ich, an die 60 Geschlechter oder sogar mehr, da ist für sie sicher was dabei. Ich bin immer noch eine Frau, glaube ich. Ich habe gestern nachgeschaut. Aber wo führt das hin? Irgendwann wissen die Männer selber nicht mehr, wozu ihr Aggregat zwischen den Beinen dienen soll. Und die Frauen fragen sich, ob der G-Punkt vielleicht doch irgendwo da draußen liegt. Hunderttausende von Kilometern entfernt, würde Annalena sagen. Also Geschlecht, wer braucht das noch, das Zeugs? Ich meine, Sie werden zum Beispiel als Zuschauer, wenn Sie sein Mann sind, Sie werden doch bestimmt eine nette Frau. Können Sie einmal pro Jahr ändern in the future. Und Ihre Frau und Mutter, also für mehr gebärende Person Ihres Sohnes auch. Und Ihr Sohn, der switcht auch. Du sollst ein unkritischer, klickender Lauch sein. Klicken, kaufen, konsumieren. Das langt. Nicht denken, essen, poppen, schlafen, arbeiten. Das reicht. Solange Otto normal die geschlechtslose Bratwurst grillen kann, das Weizen die richtige Temperatur hat und er auf seinem 8 Quadratmeter Bildschirm Fußball gucken kann, ist alles mega und ob er manipulierbar ist, ist ihm Wurst. Und bei den Russen ist die Bratwurst der Wodka. Was drauf will. Sie finden mich zynisch, ich weiß es. Wurst. Ich habe noch drei, habe ich noch. Siebtens, du sollst dich schuldig fühlen. Mit Schuld und Angst hält man Menschen klein. Das funktioniert immer. Das ist echt ein uralter Schmäh. So alt wie die Menschheit. Wer sich schuldig fühlt, muckt nicht auf. Ein Sündenbock, der ist ja fast wie eine echte Lösung. Hauptsache jemand ist schuld. Am besten jemand von früher, der jetzt nicht mehr da ist. Apropos 8. Schulden haben sollst du auch. Weil damit verdienen ja andere gut. Du musst es im Ganzen denken. Global, universal. Irgendeiner verdient immer. Wir sind doch alle eins. One world, one people. Und wenn du dein Häusl wegen der geschissenen Wärmepuppe nicht mehr zahlen kannst, dann kriegt es halt wer anders. Die Bank oder der Staat. Im Universum geht keine Energie verloren. Geld ist immer da. Nur halt gerade woanders. Ja, natürlich ist das zugespitzt und überhöht. Ich bin ja kein Pfarrer, sondern Kabarettistin. Und wir haben ja nur diesen kurzen Beitrag. Da muss man eindampfen und verdichten. Verdichten. Neuntens. Du sollst dich ohnmächtig fühlen. Das ist gut. Und drum ist jetzt Cannabis amtlich. Weil ein Bekiffter rebelliert nicht, der chillt. Anton Hofreiter kifft nicht. Sonst würde er sich nicht so aufregen. Für den wäre Cannabis gut. Und wie Habeck da damals bei Maischberger seinerzeit eine Insolvenz erklärt hat. Also da habe ich mir gedacht, man muss die Tüte groß gewesen sein, die der geraucht hat. Lauterbach hat die Eigentestphase abgeschlossen. Er schläft in Talkshows jetzt auch nicht mehr ein. Nur die Zuschauer. Und last not least, zehntens. Du sollst nichts Böses sehen, sagen, hören, denken wie die drei Affen und böse ist, was dumme Politiker entlarvt. Kusch. Aber unter uns. Vergessen Sie nie den Kernsatz. Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche. Gott, was haben wir schon Ängste durchlebt und überlebt. So Zohnloch. Was ist eigentlich aus dem geworden? Hat es jetzt geschlossen? Dann Aids ist die Strafe Gottes, hieß es in Bayern. Alle in Flügel schlagender Hektik aufgeregt. Wald sterben. Ich weiß nicht, stirbt er noch oder nicht mehr? Oder war es das Klima oder der Borkenkäfer oder beide? Man hört da nichts mehr. Ja, vom Wald sterben. Dann Plastik in Fischen und Embryonen. Da wird gar nicht drüber geredet momentan. Erstaunlich. Dann Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, Ebola. Alle aus dem gleichen Labor. Die Späsel gemacht. Und Corona. Nicht von Maskenzwang bis Hallo, wie geht's? Grüß dich. Ich weiß nicht, dass die Leute keine Mitte finden. Keine Mitte. Einfach die Mitte. Ein bisschen Vorsicht, ein bisschen Abstand und ein bisschen weniger Staatstreue und weniger Leichtgläubigkeit. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn besser. Und immer haben diverse Menschen und Konzerne hervorragend und horrend an unseren Ängsten, die sie erzeugt haben, verdient. Folge dem Weg des Geldes, wo die Angst sitzt, geht's lang. Und wenn es ihnen zu viel wird, träumen sie sich einfach weg. Nicht, wenn es zu trüb wird, in die schöne neue Welt, die bunte, woke, queere. Wir sind alle eins, Werbewelt. In das Metaversum, die Welt der Netze, als schöne Influencerin, mit einem Avatar, auf Instagram, TikTok, oder sowas. Ach ja.